Oder wer ist gekommen, du? Brauch'n Wurst, Brauch'n Wurst Oh, schöner Pass, Nicky Alter, Junge Warte mal Was war das? Ist das wieder so eine Magnetnummer, oder was war das? Das sieht er nicht Ich konnt's nicht sehen, was hast du gemacht? Vorbei geguckt, nur bis du den Ball berührt hast, aber wie? Warte, ich mach mit, okay? Ja, mach mit, genau Wir haben schon vermutet, dass das was mit zusammen hängt Welche Karte du als erstes aufhebst, aber das hat auch nichts mitzunehmen Ah, okay Das ist aber... Ja, das kann auf gar keinen Fall sein Also, dass es dann... Wenn es immer so ist, dann wär's ja so unwahrscheinlich Ja, 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 ja Hör auf! Oh mein Gott, der schmeißt du Ich glaub, das macht keinen Damage, wenn ich euch werfe Ja, das kann sein Und der selber runter Jetzt ist er auch tot, der andere Oh mein, ich hab was für euch Jetzt stimmt Stimmt, ihr könnt schon mal zum... Könnt schon mal zum Wurst gehen Jetzt ist natürlich schneller LOL Wie hab ich dich gerade gebrochen? Ich hab dich mal aufgewogen Okay, ich bin down Kann die Karte einlammeln Ich auch Jetzt wird gespannt Jetzt kommt Oh, die Zone kommt Okay, Shadowplay ist bereit Die Zone kommt Oh mein Gott Er ist der größte Loser Ich war so nicht viel gespannt LOL Natürlich Warum haben wir es überhaupt gemacht, Mann War so easy going Oh mein Mann, sonst kann echt nett sein Du Schuhe ist der allergrößte Loser Ja Gibt's gar nicht Ich hab nur richtig gerecht, ich glaub was Keiner 0, bevor er es keiner Punkte bekommt XD F Warum hat sie den HBot gekickt, ey Nein Wenn du den feierst, das wusste ich nicht Naja Okay, ihr habt den alle gekickt Aber vier Kicks schon Ja Alter, ein Echt Zwei haben den Mitgekickt Der eine hat sogar angefangen Der Raphael Wartet ihr für Was denn? Was sonst? Was? Prank 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 Bros Denk ich mal War ganz schön krank geschrieben Enox49 Junge, als ob der jetzt rausgeht und überall Werbung macht Titt T T T Prank Bros Titte Schreibt mal auf Insta an Enox49 Kick Kick bitte, kick, 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 und den kickt ihr nicht irgendwie Danke Ja, ich hab doch schon getrinkt Clickbait Das war gar nicht mehr so schlecht Was das für ein Wort Das hatte ich auch schon mal glaube ich Warum kickt ihr nicht malen? Ja, ich hab doch nicht malen, ey 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 Boah, nur schreibt mal Jack Daniels Kul managing Nisest Wort, oder was Kul Pick чер Prank Trump Kur Ich kann nicht zu Das hast du auch schon mal gemacht. Wie geil. Diese Fotze. Oh mein Gott. Geiler. Ich muss nur so lachen. Ich bin geniiert. Die Beschlage Israel im Sohl gesehen hat. Alter, ist das euer Ernst? Was war denn das für ein Kacktor ey. Aber so einen Anstoß gibt es auch selten. Achtung jetzt. Das waren wir beide. Wie der Fisker abging. Pänner mich. Rotender Penner. Rotender Penner. Rotender Penner. Nein. Wie er schön reingeflogen ist. Alter, gebt ihr das mal. Ich bin extra. Ich bin extra. Ich habe versucht von der Seite zu kommen. Dass ich nicht frontal reinballere mit dem Ding. Und dann führe ich den da trotzdem perfekt rein ey. Kannst du den nicht ausdenken so ne Scheiße. Jetzt klingt der mich weg oder so. Das ist mir kein... Auaah. Das ist schade. Niklas richtig gut ey. Aber... Saver, save. Regeln. Wie viel kmh anders, Alter. Ey, wollt ihr nur mal aus dem Game raus? Nee. 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 Dicke. 19 kmh. Halt. Ja. Scheiße. 19. Okay. Geht raus. Was? Freitag. Niklas geht da hoch. Niklas stinkt. Das warst du, Niki. Nee, ich war das nicht. Der war vorhin schon mal da. Ich schwöre. Ich war bei denen gewesen. Ich hab grade gezeichnet. Never halt dich da gestellt. Niklas, mach mal Screenshot. Niki, mach mal Screenshot. Ich hab noch was in der Zwischenablage. Ich hab's geklickt. Stink. Oh mein Gott. Hätten wir uns Pups vor. Oh mein Gott, der ging Screenshot. Kann ich noch mal Zeiss noch mal klippen oder was? Ja. Herze. Mach jetzt bitte nen Dingens. Screenshot. Da ist nämlich beides drin. Pups vor... Jaja, mach ich. Ich kann kein F***zeug malen. Oh, oh. Das ist perfekt. Das ist tatsächlich jetzt perfekt. Mal gucken, wie gut ich's malen kann. Ja, das war's eigentlich schon. Ich kann's nicht perfekt malen. Mischi, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was bin ich Gott? Mischi, du hast... Du hast doch alles eingegührt, Mann. Mischi, du hast dein letztes... Parallel... Parallel... Ich hab alles durch, ey. Parallele. Ukulele. Weil das ist Anlag. Die Parallele. Ja. Ey. Das ist von einem anderes... Von einem anderes Team. Oh, wie soll... Alter, bitte. Holy shit. Ich hab deine Granaten irgendwo entflüchtigst. Ey, ich auf dich raum. Ah, ich komm! Ich hab den Edit zweimal gejokt, Alter. Alter. Was warst du? Nett auf dich selbst. Schalt doch nie in seine Box rein. Was ist nett? Ich hab... Ich hab... Ich hab gesagt... Aber was ist ein Call? Du hast da jetzt ein Loch in die Wand. Du gehst da raus oder so? Du hast ein Call auch. Nett auf dich selbst. Ey, Clip des Flicks. Musst du auf jeden Fall clippen, Mann. Ich hab gedacht, ich hab jetzt so einen 500 IQ Play vor. Ich mach da eine schräge Rampe und dann rollen die da runter. Und sammeln sich dann alle da unten. Und dann editiere ich mich raus. Du musst auf jeden Fall selbst flippen. Hat ja richtig gut geklappt. Oh mein Gott, ey. Der Alex! Nicht bei dir! Was machst du? Das ist ein geiler Move, Alter. Ist ja klar, dass es schief geht, Alter. Wow. Junge... Alter! Der Typ, Alter! Da muss ich ja auch rassig verarscht vorkommen. Der hat die ganze Zeit neben mir gefahren mit seinem Schiff. Damn! Alter! Das ist ein deutscher mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem... Wie ist der Skin? Ist das nicht die da ultra seltene? Boah, Leute! Wir haben ein Renegade Raider. Hat der... Hat der echt? Ja, ja, ja. Ja! Stimmt! WTF? Ich hab erst dreimal oder viermal Renegade Raider gesehen und einmal erst im Team. Oh-oh. Retard Alert! Ja, ich bin hinten... Retard Alert! Ja, ich bin hinten... Retard Alert! Oh-oh. Da setzt er das Ding rein. Nix zum Kicken oder so? Oh-oh. Junge, Nick. Ich hatte das auch. Ey, das hält mich stark. Da hab ich überlegt, ob ich's einsetzen sag. Ja. Ja. Chaga, Alter. 3 Minuten bekommen. Doch jetzt, Alter. Jetzt ist es zu technisch hier. Wo ist er? Jetzt ist es zu technisch. Ja, schöner Anstoß. Ha!